Ja, hallo. Ich bin der Norbert. Du musst das neue Mädchen sein. Hi, ich bin Candy. Möchtest du auch ein Tee trinken? Ja, was gibt es denn für einen? Pfefferminztee. Pfefferminztee? Ja, gerne. Was machst du mit dem restlichen Wasser? Ja, weißt du, das ist der Rest vom heißen Wasser. Den friere ich ein. Äh, warum willst du das bitte schön einfrieren? Ja, weißt du nicht, heißes Wasser kann man immer gebrauchen.